Dieses Modul stellt die Anzeigetypen in Diadem View vor. Diadem unterstützt die hier aufgelisteten Anzeigetypen, die Sie in einem Layout beliebig miteinander kombinieren können, um Ihre Daten halt zu sichten und interaktiv zu bearbeiten. Bei den Anzeigetypen wollen wir uns erstmal auf die 2D-Achsen-Systeme konzentrieren. Sie verwenden 2D-Achsen-Systeme, um Kurven darzustellen, um Kurvenausschnitte zu vergrößern oder zu löschen oder um Kurvenpunkte zu ersetzen. Die Möglichkeiten des 2D-Achsen-Systems sind so vielfältig, dass wir uns gleich in zwei Modulen damit beschäftigen werden. Als erstes schauen wir uns deshalb an, wie man ein Achsen-System erzeugt, wie man es skaliert und mit Daten füllt. In einem zweiten Modul schauen wir uns dann an, wie die Zoom- und Scroll-Funktionen eingesetzt werden und wie man grafisch interaktiv arbeitet. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie man Achsen-Systeme erzeugt, skaliert und mit Daten füllt. Und für diese Aufgabe verwenden wir unseren Standard-Datensatz-Example. Denn dieser Datensatz hat unterschiedliche Kanalarten, an denen wir das Darstellen und Skalieren sehr schön zeigen können. Wenn wir uns die Daten im Datenportal anschauen, dann sehen wir, es gibt da einmal numerische Kanäle, gekennzeichnet mit diesem kleinen 1, 2, 3. Es gibt aber auch Waveform-Kanäle, die mit diesem Sinus gekennzeichnet sind. Und es gibt einen Textkanal. Also dieser Datensatz sollte uns genug Möglichkeiten geben, Daten unterschiedlich anzuzeigen. Gut, wir beginnen mit einem leeren Arbeitsblatt und nutzen mal ein Achsen-System. Um jetzt Daten darzustellen, müssen wir die gewünschten Daten einfach im Datenportal markieren und können sie dann mit Dreck und Drop in das Achsen-System übertragen. Das haben wir eben schon gemacht. Da sind wir hingegangen und haben eine Kanalgruppe gekennzeichnet und dann mit Dreck und Drop ins Achsen-System übernommen. Und dabei haben wir festgestellt, das kann ich auch gerade nochmal zeigen, dass Diadem hingeht und alle Kanäle dieser Datengruppe, dieser Kanalgruppe, über dem ersten Kanal, nämlich dem Zeitkanal hier, darstellt. Das passiert ganz automatisch. Wenn Sie eine Reihe numerischer Kanäle markieren, interpretiert Diadem den ersten Kanal immer als den Kanal für die x-Achse. Und das ist hier passiert. Also, Geschwindigkeit, Drehzahl und Drehmoment werden im Moment über der Zeit dargestellt. Die ADEM hat festgestellt, dass diese Kanäle unterschiedliche Wertebereiche haben, hat den maximalen Wertebereich ermittelt und auf der y-Achse aufgetragen. Diese Darstellung ist jetzt für uns nicht so aussagekräftig. Wir können die Wertebereiche hier unten für die Geschwindigkeit kaum ablesen. Und deswegen werden wir als erstes mal die Skalierung verändern. Eine Besonderheit der Achsensysteme ist, dass Sie eine eigene Befehlsleiste haben. Wir haben das eben schon gesehen. Hier oben gibt es die allgemeine Befehlsleiste von Diadem Skript, in der Sie ein Layout laden, ein Layout speichern oder mit bestimmten Cursor-Funktionen dann Ihre Daten bearbeiten. Zu jedem Achsensystem gibt es aber eine eigene Leiste. Und in dieser Leiste können Sie zum Beispiel Wertebereiche vergrößern, Sie können Bereiche bilden und die in separaten Kanälen ablegen und Sie können hier auf die Skalierung einwirken. Schauen wir uns an, welche Möglichkeiten es gibt, die y-Achse zu skalieren. Einfach auf das Pfeilchen klicken und dann öffnet sich diese Liste. Eine Möglichkeit, die Daten darzustellen, wäre jetzt, dass wir eine prozentuale Darstellung wählen. Einfach anklicken und dann ändert sich das Bild. Mit dieser Darstellung geht Diadem jetzt hin, oder bei dieser Darstellung, ermittelt die Wertebereiche von allen drei Kanälen und bildet sie dann auf einen Y-Skala von 0 bis 100% ab. Die Information, die jetzt abhanden kommt, ist die Bezeichnung der Kanäle. Die finden wir dann aber wieder in der Legende, die wir auf der rechten Seite des Achsensystems aufziehen können. In der Legende wird uns jetzt angezeigt, welcher Kanal mit welcher Farbe dargestellt wird und wir sehen auch hier die aktuelle Einheit. Eine andere Möglichkeit, diese Daten zu skalieren, bietet die n-Systeme-Linear-Anzeige. In diesem Fall stellt Diadem drei Achsensysteme dar und in jedem Achsensystem eben ein eigenes Kanalpaar. Einmal die Geschwindigkeit, einmal die Drehzahl und einmal das Drehmoment, aber jeweils über der Zeit. Diese Darstellung ist schon sehr viel deutlicher. Wir sehen nämlich jetzt, dass sich die Geschwindigkeit im Wertebereich von 0 bis 50 m pro Sekunde befindet. Oder dass die Drehzahl zwischen 1000 und 6000 Umdrehungen pro Minute vorliegt. Es gibt noch eine dritte Darstellungsart, die häufig verwendet wird. Und das ist die n-Y-Achsen. Das bedeutet, wir zeichnen jetzt ein Achsensystem mit n Unterachsen. Und alle Daten werden wieder optimal skaliert dargestellt. Die Bezeichnungen für die Kanäle stehen wieder an den Achsen. Das heißt, die Legende brauchen wir im Moment nicht. Und ich schiebe die nochmal zurück, damit ein bisschen mehr Platz für die Kanaldarstellung bereitsteht. Wir haben die Kanäle dargestellt und wir können diese Darstellung weiter parametrieren. Das machen wir, indem wir einen Doppelklick auf das Achsensystem durchführen. Wir kommen jetzt in einen Dialog, in dem wir die 2D-Darstellung des Achsensystems beeinflussen können. Hier auf der ersten Seite bestimmen wir, welche Kanäle wie angezeigt werden. Also mit welcher Linienart und in welcher Farbe. Wenn uns die grüne Kurve nicht gefällt und wir möchten stattdessen eine, sagen wir, dunkelgraue sehen, wählen wir die entsprechende Farbe aus, bestätigen das mit OK und dann werden diese Änderungen sofort übernommen. Die Kurve, die Beschriftung, die Zahlendarstellung und das Legendensymbol erscheinen dann in Grau. Kommen wir nochmal zum Darstellen der Daten zurück, also zum Übertragen der Daten mit Rekontrop aus dem Datenportal. Wir haben gerade gesehen, dass, wenn wir eine Kanalgruppe markieren, alle Kanäle über dem ersten Kanal angezeigt werden. Schauen wir uns die weiteren Möglichkeiten an. Ich gehe dazu hin, für einen rechten Mausklick auf das Achsensystem durch und wähle alle Kurven löschen. Ja. Dann können wir hier andere Kanalkombinationen anzeigen lassen. Wenn Sie nicht alle Kanäle einer Gruppe darstellen möchten, sondern nur ausgewählte Kanäle, dann können Sie auch hingehen und diese separat markieren. Also, wenn wir zum Beispiel die Zeit, Drehzahl und Drehmoment im Achsensystem darstellen lassen wollen, dann müssen wir die Zeit und diese beiden Kanäle markieren. Und das machen wir, indem wir den ersten Kanal markieren, dann die Steuerungstaste drücken und anschließend Drehzahl und Drehmoment anklicken. Diese drei Kanäle sind jetzt aktiv und mit Dreck und Drop können wir die ins Achsensystem übernehmen. Und dann machen wir das. Und auch hier ist es wieder so, dass Diadem den Kanal, den wir zuerst angeklickt haben, als X-Kanal interpretiert. Okay. Also, Drehzahl und Drehmoment werden über der Zeit aufgetragen. Noch eine andere Möglichkeit. Dazu lösche ich nochmal alle Kurven. Mit dem Markieren bei gedrückter Steuerungstaste haben wir gesehen, können wir nicht zusammenhängende Kanäle markieren. Wenn wir jetzt eine Reihe Kanäle, die hintereinander stehen, übernehmen wollen oder markieren wollen, dann machen wir das, indem wir die Umschalttaste drücken. Ersten Kanal anklicken, Umschalt drücken, letzten Kanal der Reihe anklicken. Und dann werden alle dazwischenliegenden Kanäle markiert und können dann mit Dreck und Drop übertragen werden. Es gibt noch eine Möglichkeit, in der Sie ohne zusätzliche Tasten auskommen. Die wollen wir uns jetzt auch anschauen. Also, nochmal alle Kurven löschen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass Sie nicht zusammenhängende Kanäle nur mit der Maustaste markieren. Und dazu gehen Sie einfach hin, markieren den ersten Kanal und klicken dann mit der linken Maustaste auf das Symbol der weiteren gewünschten Kanäle. Und Sie sehen jetzt, an dem Mauszeiger erscheint ein kleines Pluszeichen. Und das bedeutet, dieser Kanal wird beim Anklicken zu den ausgewählten Kanälen hinzugefügt. Also, anklicken und dann wird die Geschwindigkeit markiert. Anklicken und das Drehmoment wird aktiviert und übernommen. Und mit Dreck und Drop kann ich es dann wieder darstellen. Ich lösche nochmal alle Kurven. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass es für Diadem wichtig ist, welcher Kanal zuerst markiert wird. Also, wenn ich Zeit und Geschwindigkeit markiere und diese Kanalkombination anzeigen lasse, ist das was anderes, als wenn ich Geschwindigkeit und Zeit markiere. Der erste Kanal ist für Diadem immer der Zeitkanal. Mit einem Doppelklick auf das Achsensystem kann ich das nochmal überprüfen. Im ersten Fall stelle ich die Geschwindigkeit über der Zeit und im zweiten Fall die Zeit über der Geschwindigkeit dar. Diese Zeile hier, die zweite Zeile, die ist jetzt für uns nicht mehr wichtig und die können wir löschen. Das machen wir, indem wir die Zeile markieren und auf das rote X klicken. Eintrag löschen. Also, der erste Kanal wird immer als Zeitkanal, also als Kanal für die X-Achse interpretiert. Gut, ich lösche nochmal die Kurven. Wenn ich mit W-Form-Kanälen arbeite, dann liegen die Informationen zu meinem aufgezeichneten Kanal ebenfalls in der W-Form vor. Und das sehen wir, indem wir im Datenportal mal auf die Eigenschaften dieser Daten schauen. Ich ziehe das mal hier ein bisschen größer, damit Sie es besser erkennen. Ein W-Form-Kanal ist also eine Kombination aus den Zeitdaten und den wirklich erfassten Daten. Und Sie sehen das hier unten in den Eigenschaften. Die Zeitinformation für den W-Form-Kanal wird in den Eigenschaften, in diesen Eigenschaften hier, aufgeschlüsselt. Ich habe einmal den Namen des Zeitkanals. Die Einheit des Zeitkanals. Und dann die Beschreibung der eigentlichen Zeitwerte. Also, wann wurde das Aufzeichnen begonnen? Mit welchem Offset wird gearbeitet? Und mit welcher Schrittweite sollen wie viele Daten erzeugt werden? Wenn ich einen W-Form-Kanal markiere und in Diadem darstellen lasse, geht Diadem hin, liest diese Eigenschaften aus, generiert daraus quasi die Zeitinformation und kann die Daten dann darstellen. Dann mache ich das mal. Ich markiere einen W-Form-Kanal und vertrage den dann in mein Achsensystem. Die Daten werden dargestellt. Das ist genau das Gleiche, was wir unten in der Vorschau gesehen haben. Wenn wir jetzt einen Doppelklick auf das Achsensystem durchführen, dann sehen wir aber, dass die Zeitbasis leer ist. Das heißt, hier ist kein expliziter Kanal eingetragen, denn Diadem geht ja hin und übernimmt die Zeitinformationen aus den W-Form-Eigenschaften. W-Form-Kanäle kann ich jetzt auch beliebig miteinander kombinieren. Einfach die nächsten anklicken und mit Dreck und Drop übernehmen. Also zu W-Form-Kanälen muss ich keinen Zeitkanal anklicken, sondern es reicht einfach, diesen Kanal zu aktivieren und ihn dann zu übertragen. Gut, eine Sache sollten wir uns dann noch anschauen, nämlich was passiert, wenn ich nur einen numerischen Kanal aktiviere. Ich lösche nochmal alle Kurven. Wenn ich jetzt im Bereich der numerischen Kanäle zum Beispiel die Geschwindigkeit aktiviere und mit Dreck und Drop ins Achsensystem übernehme, dann können die Daten dargestellt werden. Mit einem Doppelklick auf das Achsensystem sehe ich, dass die Zeitinformation fehlt. Ich habe keinen Zeitkanal aktiviert. Es werden nur die Daten aus dem Kanal Geschwindigkeit angezeigt. Und wenn ich nur einen Kanal auswähle, dann heißt das für Diadem, dass die Daten über dem Index aufgetragen werden. Und das ist genau das, was ich hier unten auf der Zeitachse, auf der X-Achse sehe. Die Daten, die wir im Achsensystem angezeigt haben, können wir also unterschiedlich skalieren. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, sie überhaupt darzustellen. Und jetzt wollen wir uns noch anschauen, welche Möglichkeiten wir haben, sie zu untersuchen. Das soll jetzt nur ein kurzer Ausblick sein. Wir werden das ausführlich später bearbeiten. Wir haben eben schon die achsenlokale Leiste gesehen. Von dieser Leiste haben wir die Skalierung ausgewählt. Diese Leiste bietet uns jetzt aber auch Funktionen, um bestimmte Bereiche der Kurve zu untersuchen und vergrößert darzustellen. Und dazu gibt es hier den Bandcursor. Es gibt den Band- und den Rahmencursor. Wir schauen uns erst mal den Bandcursor an. Wenn wir dieses Symbol aktivieren, dann verändert sich der Cursor. Es erscheint so ein kleines Band, das uns anzeigt, dass wir mit gedrückter linker Maustaste jetzt einen Bereich bestimmen können und dass dieser Bereich anschließend vergrößert dargestellt wird. Diesen Bandzoom können wir jetzt beliebig oft wiederholen. Wenn der Bandzoom aktiv ist, können wir aber auch mit dem Mausrad in die Daten reinscrollen, reinzoomen oder auch wieder rauszoomen. Wir können den Bandzoom anschließend auf einen neuen Bereich setzen und hier die Daten vergrößert darstellen. Das gleiche gilt, wenn wir den Rahmencursor, also den Rahmenzoom aktivieren. Hier ist dann nicht nur der X, sondern auch der Y-Bereich begrenzt. Wenn wir zu unserer Originaldarstellung zurückkehren möchten, dann müssen wir diesen Zoom-Modus wieder ausschalten und das machen wir mit der Lupe und dem roten X. Und damit sehen wir wieder unsere Originaldaten. Wie gesagt, das nur als kurzer Hinweis. Wir werden das in einem späteren Modul ausführlich erläutern.